Das ist schon ziemlich amazing, ist das schon. Das ist der blöde Kobold, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Master Builders. Heute zusammen mit der Katie. Hallo. Hallo und wir bauen ein Pot of Gold, okay. Das ist doch schon eher was. Ja, das kriegen wir hin, also einigermaßen vielleicht. Und wir brauchen noch hier sowas, ja. Welchen Grund nehmen wir denn da? Den hier, so. Endlich mal nicht mit Wolle bauen. Ja, ich habe mir gedacht, ich lade mir auch mal einen Gast ein und wer könnte es anders sein als die gute Katie? Ja. Die ist auch im Bauen richtig gut. Ja, natürlich. Doch, bist du. Bin Pro. Was? Bin Pro. Ja, auf jeden Fall. So wie wir alle. Alter, mein Topf, der sieht schon geil aus. Das ist schon ein geiler Topf. Also, wenn ich ein Topf wäre, dann würde ich so aussehen wollen. Wie machst du denn deinen Topf? Mit, ähm, Mosi. Der ist schon ein bisschen älter. Achso. Und so ein Topf hat für mich auch immer einen Henkel. Ich weiß jetzt aber nicht, warum. Okay. Ja, ich guck mal. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Wir müssen ja am Ende gucken, ob wir unsere gegenseitig erkennen können. Ja. So wollte ich das doch. So, und jetzt machst du den weg. Die Gefahr ist nur, dass man zu groß baut, ne? Ja, oder wie in meinem Fall, leider doch zu klein. Ich muss ja noch ein bisschen Gold da reinpacken. Sonst wäre es ja kein Topf voll Gold. Mal gucken, wie das wird. Was? Drei Minuten nur noch? Ja, ich habe schon zwei Minuten Mist gebaut. Ja. Oh Mann. Äh. Ich hoffe... Nee, nee, nee. Was mache ich denn hier? Alter. So. Alter. Master Builds ist auch immer so eine Sache, ey. Das ist... So. 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 Das wird zu viel. Ich nehme mir viel zu viel vor. Ich auch. Das schaffe ich niemals. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht. Aber... Mal gucken. Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhabe. Gewinnen wir. Ja, natürlich. Einer von uns gewinnt das auf jeden Fall. Was sonst? Halleluja. Wir spielen doch auch Master Builders. Wir sind ja auch die Master. Okay. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall. Sehr gut. Das sieht schon, sieht schon, sieht schon, sieht schon, ja, sieht schon richtig gut aus. Ich hoffe, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich gleich noch... Bäh. Hallo. Äh? Ich konnte gerade nicht bauen. Ach so. Ich muss meinen Boden noch unbedingt ändern. Okay. So, jetzt brauchen wir hier... Ah, was macht man hier? Äh, das brauchen wir. Und wir brauchen... Nein, 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 nein. Nein. Ja, das brauchen wir. So, genau. Das machen wir jetzt. So. Und das machen wir noch hier. Oh, eine Minute noch. Ich habe noch was vor, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und, äh, was brauchen wir dann noch? Das brauchen wir dann noch. So, das geht erstmal kaputt. Das ist gut. So, wie sieht das Ding, was ich denn jetzt bauen will, dann aus? Äh, wo stellen wir das hin? Wenn es auch jeder sieht. Hier. Hier. Oh, oh, 15 Sekunden. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich bin fertig. Naja, ich weiß nicht. Ich wollte noch was Cooles machen, aber das hat es, glaube ich, mir gehauen. Oh, ich habe... Ja, okay. Alles klar. Das ist nicht ganz so geworden, wie ich wollte, aber okay. Ja. Aber siehst du, der hat noch einen Kobold gebaut. Ja, so einen Kobold und hier so einen, so einen, so einen... Ja, und hier mit Partikeln und so. Ich würde sagen, das ist schon ganz, ganz amazing. Das ist schon ziemlich amazing, ist das schon. Das ist ja blöde Kobold, ne? Der Pott ist aber nicht schön hier. Und das ist so ein... Was ist das eigentlich? Oh, Mist, jetzt habe ich... Ich wollte leider nicht amazing, ich wollte it's okay machen. Aber gut, da hat auch die... Aber das mit den Regenbogen, das ist falsch, oder? Geht der nur nicht in eine Richtung? Ja. Am Ende des Regenbogens. Ja, genau. Oh, das ist natürlich auch cool gemacht. Hier mit so... Ach cool, mit noch so Goldblöcken, die so rumliegen. Ja, das finde ich, ist ein Good. Auf jeden Fall. Ich finde ihn schön. Ja. Ist mal eine andere Idee, als immer nur das mit den Regenbögen. Ja. Äh, wo spawn ich denn hier? Das ist geil. Oh, der Topf sieht cool aus. Das ist echt cool. Ah, der hat da kein Henkel, also ist nicht deiner. Ja, das kriegt auch ein Gut von mir. Aber die Hüte unten sind cool da. Hm. Geschissel. Geschissel. So. Nein. Ja, der hat einen Topf aus Gold gemacht. Ja, das ist... Das ist... Aber leider ist das hier meine Augen blutend. Tut mir leid. Tut mir leid. Das finde ich echt nicht schön. Nein, ist gar nicht Freitag. Wow. Okay. Der hat einen Henkel. Und das sind Moossteine. Ähm... Wunderschön. Ja, der ist schon cool. Der ist schon... Schon gut. Das mit dem Henkel ist echt nicht schlecht. Muss ich sagen, sieht cool aus. Für mich hat so einen Topf so einen Henkel irgendwie. Ja, bei dem auch. Nur, dass der Henkel aus demselben Material ist. Ja, das ist hier eher... Mäh. Mäh. Würde ich sagen... Mäh. Mäh. X, X, Adi, X, X. Das war... Mäh. Die machen alle so überlaufende. Aber der Topf sieht irgendwie komisch aus. Ein Topf aus Rolle. Aber ich muss recht geben, wenn jemand sagt, dass Rolle scheiße ausgeht zum Bauen. Ja, kommt aber... Ja, kommt aber... Also ich... Also ich... Also es kommt immer drauf an, für was du das baust, würde ich sagen. Aber für den Topf aus Gold... Ja, der hat wenigstens... Ja, aber das in fünf Minuten. Ja, gut. Das ist auch eher so... Mäh. Ja. Hast recht, Insta-Boy. Mäh. Sind wir jetzt durch? Nee, kommt noch was. Okay. Mitgehörter. Ah, der Regenbogen. Ach so. Ja, der Regenbogen ist... Ist schon... Der Regenbogen ist amazing. Aber den Rest finde ich eher so... It's okay. Aber der Regenbogen ist amazing. Hallo? Oh, wir sind durch. Und gewonnen... Oh, okay. Ja, den fand ich aber auch... Ich bin zur Richte. Du bist ein Dritter geworden. Ah, ich Fünfter. Ich bin ein Dritter geworden. Dann, ähm... Hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf und die Katie auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.